Deine Arme und Beine werden schwer, du spürst die Sonne auf deinem Bauch und bist ganz entspannt. Und dann? Wie geht das eigentlich mit dieser Hypnose? So genau weiss ich das gar nicht. Vielleicht sollte ich mehr über das Thema herausfinden und die aktuelle Coop-Zeitung lesen. Denn dort geht es in dieser Woche genau um das Thema. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Woche.